Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Tutorial schulinternes Fachcurriculum. In diesem Video erfahren Sie, wie ein schulinternes Fachcurriculum für die Fächer Deutsch, Mathematik und Sachunterricht geplant und umgesetzt werden kann. Das bedeutet, am Ende dieses Videos wissen Sie, welche Inhalte Sie im schulinternen Fachcurriculum festlegen und wie Sie Ihre Arbeit in der Fachkonferenz organisieren. Die Fachanforderungen lösen die alten Lehrpläne ab und setzen die Bildungsstandards um. Sie benennen die Kompetenzen und die verbindlichen Inhalte, die Ihre Schülerinnen und Schüler erreichen sollen. Darüber hinaus definieren Sie Querschnittsthemen wie durchgängige Sprachbildung, Differenzierung und Leistungsbewertung. In Ihrer Schule aber haben Sie Gestaltungsfreiheit. Sie wählen geeignete Formen der Lern- und Unterrichtsorganisation, Sie entscheiden sich für pädagogische Konzepte und Sie setzen inhaltliche Schwerpunkte. Diese Vereinbarungen werden dann im schulinternen Fachcurriculum dokumentiert. Das schulinterne Fachcurriculum ist für Sie und Ihre Schule bedeutsam, weil Sie die Experten vor Ort sind. Sie sind Spezialisten für Ihr System, Sie kennen Ihre Schüler, Ihr Kollegium und Ihren Schulstandort am besten. Dieses Wissen ist eine wesentliche Grundlage für die Entwicklung des schulinternen Fachcurriculums. Es ist zudem für Sie und Ihre Schule bedeutsam, weil die gemeinsam getroffenen Vereinbarungen insgesamt eine Arbeitserleichterung zur Folge haben werden. Und es ist für Sie und Ihre Schule bedeutsam, weil Sie damit festlegen, wie Ihre Schülerinnen und Schüler die verbindlichen Kompetenzen aus den Fachanforderungen erwerben können. Somit ist das schulinterne Fachcurriculum ein Werkzeug. Es schafft eine Übersicht über wichtige gemeinsame pädagogische und fachliche Absprachen. Treffen Sie daher auch nur die Vereinbarungen, die für alle Kolleginnen und Schülerinnen relevant sind. Neben der Verbindlichkeit sollte das schulinterne Fachcurriculum einen kompakten, überschaubaren Umfang besitzen. Vergleichbar ist das mit Anleitungen für technische Geräte. Im Idealfall sind diese strukturiert und kurz und bieten einen guten Überblick. Genauso sollte es beim schulinternen Fachcurriculum sein. Jetzt fragen Sie sich bestimmt, wie Sie loslegen können. Möglicherweise haben Sie einen Stoffverteilungsplan. Vielleicht haben Sie auch schon eine Struktur für Ihr Curriculum erarbeitet. Oder aber Sie haben schon einzelne Vereinbarungen getroffen. Die Fachanforderungen zeigen im Kapitel 5 verschiedene Aspekte auf. Hierzu gehören Unterricht, Fachsprache, Fördern und Fordern, Hilfsmittel und Medien, Digitale Medien, Medienkompetenz und Leistungsbewertung. Bitte beachten Sie, dass diese Aspekte fachspezifisch ausgestaltet sind. Ihre Aufgabe besteht darin, zu diesen Aspekten Vereinbarungen zu treffen. Es ist nicht das Ziel, alle Aspekte gleichzeitig zu bearbeiten. Überlegen Sie, welche Aspekte für Ihre Schule besonders wichtig sind. Mit welchen möchten Sie beginnen? Starten Sie mit einer Bestandsaufnahme. Welche Absprachen gibt es hierzu bereits? Halten Sie an dieser Stelle allgemein bekannte mündliche Absprachen schriftlich fest. Welche konkreten Vereinbarungen treffen Sie zusätzlich? Welche Maßnahmen sind zur Umsetzung notwendig? Halten Sie auch diese schriftlich fest. Wichtig ist, dass Sie als Fachkonferenz nach einem festgelegten Zeitraum entscheiden, welche der getroffenen Vereinbarungen sich bewährt haben und welche nicht. So entwickelt sich Ihr Fachcurriculum stetig weiter. An der Stelle eine Entschuldigung, die wir sind wichtig, dass Sie eine Entschuldigung haben. Vielen Dank.